Im Video zum Pokédex habe ich es versprochen, es geht weiter mit Gimblis Axt. Endlich! Ich freue mich darauf, endlich mal wieder ein Projekt zu haben, bei dem ich rein, also erstmal rein mit Holz arbeite. Und wir werden es heute daran machen, diesen Griff bzw. den Axtstiel zu bearbeiten. Das Holz habe ich in der letzten Folge rausgesucht und auf Maß gebracht und in dieser werden wir jetzt diesen Griff hier auch noch mit Leder einpacken. Dabei wird mir mein lieber Bruder der Tom helfen, weil der sich mit Leder gut auskennt und wir gemeinsam schon einmal dieses Teststück hier gemacht haben. Und so soll am Ende dann die Flechtung aussehen, aber in Rot. Wir haben nämlich rotes Leder und dieses rote Leder wird ziemlich früh am Anfang an diesen Griff angepasst werden, dass ich, wenn ich an dem arbeite, an dem guten Stück, auch direkt immer mit dran fasse und es vielleicht sogar quasi ein wenig natürliches Weathering bekommt. Weil die Axt hat ja schon einige Schlachten gefochten und deshalb soll die auch ein bisschen aussehen, als ob da schon einige Orkköpfe mit gespalten worden wären. Der erste Schritt am Axtstiel ist jetzt, den Griff vom Axtkopf abzusetzen. Wir haben nämlich, wie man hier sieht, einen Absatz von zweieinhalb Millimeter und den muss ich jetzt rundig rum hier irgendwie dran bekommen. Die Frage ist jetzt, mache ich das mit meiner Erika, weil ich mit der eigentlich wirklich alles mache. Ich glaube nicht. Ich habe nämlich eine andere gute Idee. Ich habe ja meine Abrichte und Dickenhobelmaschine. Und ich werde einfach bis zu dem Punkt, wo dieser Absatz anfängt, auf der Abrichte ranfahren und dann wieder abheben. Und dann habe ich einen perfekten Absatz von zweieinhalb Millimeter. So ist zumindest mein Plan. Im Anschluss daran verpassen wir dem Ding noch ein paar mehr Ecken, weil die Grundform ist nämlich eigentlich oktagonal. Das heißt, wir haben acht Ecken und die müssen wir jetzt rausarbeiten. Allerdings habe ich mir für Gimlis Axt auch wieder vorgenommen, wieder mehr zu erklären. Das heißt, mehr auf Arbeitsschritte einzugehen und zu zeigen, was ich mache und wie auch Maschinen funktionieren. Und da hoffe ich doch, dass ich das irgendwie mal wieder auf die Reihe bekomme. Ist ja in den letzten Videos, vor allem beim Star Trek Phaser, doch ein wenig in den Hintergrund getreten. Lasst es uns loslegen! Lasst es uns loslegen! Lasst es uns die Samingin guidelines purseفسieren! Die Samingin Das ist uns k С sont wir Vermäß always Insgesamt largely Du D Du Ich Du Finds a sharp, no connection Only in heart So where are you? Am I alone? To be continued. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit einem doppelseitigen Klebeband, das für Teppich eigentlich gedacht ist, aber das hält granatenfest, werden wir das dann hier festkleben Ja, genau Und dieses Teppichklebeband, das werden wir dann, wenn wir es richtig flechten, nicht mehr sehen Wenn wir nämlich diesen anderen Griff, den wir schon mal als Testobjekt hernehmen Wenn wir den jetzt angucken, dann sieht man auch kaum Stellen, die irgendwie Holz zeigen Unter diesem blauen Leder ist nämlich auf zwei Seiten jeweils auch so ein Streifen von diesem doppelseitigen Klebeband Dass wir nicht nochmal fünf Hände brauchen dafür Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017